Es gibt da einen Kerl, der weg muss. Hat mal als Söldner gearbeitet, also Vorsicht. Aber die Addys sind's wert. Mehr Infos findest du im Mannhang. Bin gespannt, was du machst. Danke. Hey, glaubst du Schmeißfliegen wie du kommen hier gratis rein? Habt ihr VIP-Räume? Für Privatpartys? Du weißt schon. Hm. Reserviert für den Boss und so. Meinst du, er kann Gesellschaft brauchen? Quatsch nicht. Entweder du gibst mir Addys oder verschwindest. Ganz gechillt, okay? Hier. Heilige Scheiße. Hörst du das? Hörst du, was die da spielen? Geschmäcker sind verschieden. Das sagen nur Leute mit schlechtem Geschmack. Weiß ja nicht, warum er es verdient hat, abzutreten. Aber sein Musikgeschmack reicht mir schon als Grund. Hey, bitte nicht! Hey, bitte nicht! Wie läuft's? Ich will mit deinem Chef reden. Ist er da? Oh, da hast du Pech. Er redet nicht gern mit Leuten. Mir egal, ob er gerne redet. Ich hab gefragt, ob er da ist. Ähm, ja, er ist oben im VIP-Bereich, aber erwarte keine freundliche Begrüßung. Die Musik hier ist scheiße. Ah, ich mag's. Der Beat hält mich wach. Bist du stresst? Hey, was wird das? VIP heißt für VIPs. Ich kenn den Boss. Sind Chooms. Der Boss kennt ne Menge Leute. Und keiner von denen ist sein Choomba. Aber... Ah, ah, ah. Boss hat gesagt. Niemand. ...reinlassen. Will allein sein. Abmarsch jetzt. Die Leine, oder es passiert was. Ich darf nicht mit dich. Noch nicht. Nein, das darfst du nicht. Ich muss mich. Ich muss mich. Das darfst du nicht. és'res Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stürb, scheißfotze! Stürb, scheißfotze! Lass mich gehen, ich sag's auch gar nicht. Krasse Arbeit. Im Ernst Respekt. Auftrag ist erledigt und du kriegst sofort eine End. Wow!